Die Konvertierung von Dezimal auf Binär ist allerdings gar nicht so trivial wie Binär zu Dezimal. Man muss ein bisschen rechnen und es hat was damit zu tun, dass wir immer durch zwei dividieren. Nehmen wir doch mal ein Beispiel und erklären es damit. Nehmen wir die Zahl 214. Wir dividieren immer wieder diese Zahl durch zwei und wir schreiben uns beides auf, denn das Ergebnis der Division und den Rest der Division. Das heißt, wir benutzen eine sogenannte ganzzahlige Division wie in der Grundschule. Wenn wir 214 durch zwei dividieren, ist das Ergebnis 107 und der Rest von dieser Division ist eine Null. Jetzt dividieren wir die 107, das was das Ergebnis davor war, auch wieder durch zwei. Das Ergebnis ist eine 53. Diesmal ist allerdings der Rest eine 1. Die 53 dividiert durch zwei ist eine 26 und der Rest ist eine 1. 26 durch zwei ist eine 13 und der Rest ist 0. 13 dividiert durch zwei ist eine 6 und der Rest ist eine 1. 26 durch zwei ist eine 3 und der Rest ist 0 und 3 dividiert durch zwei ist eine 1. Der Rest ist eine 1 und 1 dividiert durch zwei ist eine 0 und der Rest ist wieder eine 1. Und damit sind wir auch fertig. Das heißt, wir haben so weiter dividiert, bis wir als Ergebnis eine 0 bekommen haben. Und jetzt habe ich die Reste bereits so aufgeschrieben, dass wir sie eigentlich direkt ineinander ziehen könnten. Das Ergebnis in Binär für 214 ist eine 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. So funktioniert von Dezimal zu Binär. Das Ergebnis in Binär für 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0